Willkommen zu einem neuen Video und tatsächlich ein Video, mit dem ich mich persönlich sehr schwer getan habe, denn ich verstehe beide Seiten sehr gut. Denn es geht heute um mehr Nacktheit wird gefährlich vom lieben Parabelritter. Denn Instagram hat unter einem absolut vorbildlichen Deckmantel Kund gegeben, dass sie 2023 eventuell Nacktheit zulassen und die Nippel einer Frau nun nicht mehr zensiert werden müssen. Klingt ja so mal ganz gut, da man sich denkt, hey, Gleichberechtigung, wir normalisieren etwas, die weibliche Brust wird nicht mehr specialisiert. Was das Ganze aber für einen krassen Rattenschwanz mit sich zieht, war mir selber nicht bewusst. Und genau das wird uns jetzt der liebe Parabelritter in diesem Video genauer aufzeigen. Und ich war tatsächlich am Ende gar nicht mehr so sicher, ob ich diese Message unter diesem Deckmantel zu cool finde von Instagram. So, wir gehen jetzt in ein Thema, an das sich definitiv die Meinungen unterscheiden werden. Ich bin sehr gespannt auf diese Diskussionen und wir gehen rein. Meine alle liebsten Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wusstet ihr schon, dass demnächst ein großes Zeichen für Female Empowerment von der Firma Meta gesetzt wird? Nein? Viele Jahre wurde dafür gekämpft. Endlich ist es soweit. Ladies and Gentlemen, der Nippel wird für Postings auf Facebook und Instagram wohl bald freigeschaltet werden. Wohlgemerkt, der weibliche Nippel. Yay! Gleichberechtigung für alle! Oder ist das vielleicht eher doch eine Katastrophe? Boah, das ist so ein schwieriges Thema. Das ist wirklich so ein schwieriges Thema. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich verstehe den Punkt, dass viele Frauen sagen, wieso darf ich nicht nackt herumlaufen, weil ich will nicht specialisiert werden. Ähm, ich habe das gleiche Recht, verstehe ich vollkommen. Aber ich frage mich, ob das so durchzusetzen ist, weil viele werden es eben trotzdem sexualisieren. Ich fürchte, dazu habe ich ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen muss. Ich bin sehr gespannt, Parabeli. Also, das kann ich jetzt schon sagen, ich werde meinen nicht freeen. Vor allem nicht auf Social Media. Ich muss aber sagen, dass ich es sehr cool gefunden habe, als ich in Spanien war, wie locker und selbstbewusst da einfach die Mädels da gesessen sind, im Meer, Eis gegessen haben, oben ohne, total selbstbewusst mit ihrem Körper umgegangen sind, und gedacht haben, fuck it, hat mir sehr gut gefallen auch, muss ich sagen. Da bin ich halt einfach zu schambehaftet. Ich glaube, das kommt auch tatsächlich darauf an, wie du aufgewachsen bist. Aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Leute, ich liebe Instagram. Für mich ist das eine Art Tagebuch, auf das ich immer wieder gerne zurückschaue. Und da lasse ich euch, anders als bei YouTube, auch ein bisschen an meinem Leben teilhaben. Ja, weil hier bin ich ja doch ein kleines bisschen distanziert von euch. Falls ihr mal so ein bisschen näher kommen wollt, folgt mir da gerne. Solche Statements muss ich tatsächlich ab und an mal machen, weil ich offensichtlich kein typischer Instagramer bin. Ich weiß halt, dass das Fake ist und ich habe keinen Bock, das zu tun, was nötig wäre, um da irgendwie voranzukommen. Und ich weiß, dass es süchtiger macht, als man glauben möchte. Und auch wenn man sich zwingt, man landet immer wieder auf freizügigen Bildern. Boah, ja, ich habe versucht, ich habe ja noch einen privaten Instagram-Account, und zumindest da habe ich es wirklich versucht, dass mir nur noch Ziegen angezeigt werden, also so Ziegenbabys, Tiervideos. Und es ist immer wieder sowas dabei. Auch wenn ich es ganz hart versuche und ich drücke auch immer wieder drauf, ja, ich muss mich echt auch selber da auf die Fingerchen hauen. Ob nun als Postender oder als Konsument. Und jetzt mal ganz ehrlich, schaut mal bei euch in den Feed und sagt mir, wie viel nackte Haut ist da zu sehen. Lass uns mal kurz gucken. Bei mir ist halt super viel Sport, also auf meinem Öffentlichen, ne? Wir werden gerade ganz viel Tomboys angezeigt und sehr viel Sport. Also eigentlich geht's. Bei mir ist es tatsächlich gar nicht viel nackte Frauen. Es ist tatsächlich Sport, Make-up, Hair-Tutorials, also all das, was ich gerade so konsumiere. Und sehr viel Sport halt eigentlich. Also ich finde, ich habe mein Feed gut gestaltet. Ich komme damit klar. Das war aber harte Arbeit. Mal ganz ehrlich. Gar keine nackte Haut? Sagt's mir. Subjektiv betrachtet würde ich sagen, das ist über die Jahre mehr geworden. Und auch die Personen, die ich kenne, sind über die Jahre immer freizügiger auf der Plattform geworden. Ja, ich merke das Beispiel auch ganz deutlich, wenn man beispielsweise mal nur ein Bild postet, wo du halt einmal ein bisschen weniger anhast. Boah, die Zahlen gehen nach oben. Und wenn du halt mal eins postest, wo du halt mehr an hast, ist es halt deutlich weniger. Ich war ja ein Jahr in Australien und es war sehr cool, weil dort wurden einfach die Likes ausgestellt. Und YouTube, ich glaube, Instagram hat das irgendwie eine Zeit lang verfolgt und dann wieder abgebrochen, weil das den Druck nehmen sollte davor, dass man immer die perfekten Bilder postet und immer mehr freizügig ist. Deswegen finde ich es interessant, dass sie jetzt diesen Schritt gehen. Und leider haben sie das dann aber auch wieder gelassen. Du hast jetzt die Möglichkeit, dass du deine Likes einfach ausstellst, was aber eigentlich fast keiner macht oder die wenigsten. Falls es in manchen Ländern noch so sein soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und in der öffentlichen Debatte ging es immer wieder um Nippel. Warum dürfen Männer Bilder mit Nippeln posten und Frauen nicht? Das wird sich jetzt ändern. Da hatte ich auch mal eine interessante Diskussion auf Twitter beobachtet von einer Cosplayerin, die gesagt hat, wieso kann ich als Frau nicht nackt durch die Straße laufen, ohne sexualisiert zu werden. Und dann gab es halt ein paar Gegenstimmen, die gesagt haben, das ist von der Natur so vorgegeben. Schwere Diskussionen habe ich mich nicht mit eingemischt, weil ich auch ehrlich gesagt keine Antwort drauf habe. Und ich frage mich, ob es tatsächlich so ist, wenn wir das alles normalisieren, ob man sich daran gewöhnt oder ob es halt eben einfach so ist, dass es halt einfach doch sexuell einen einfach mehr anspricht. Habe ich keine Ahnung. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Zwei Bilder von zwei transsexuellen und nicht-binären Menschen, die auf Brustabnahmeoperationen hinweisen und Spenden sammeln wollten, wurden entfernt, gesperrt. Das ist laut Richtlinien eigentlich erlaubt. Gemeldet wurde es trotzdem. Ja, das ist halt Schwachsinn. Also das sind halt wieder so Sachen, wo ich mir echt denke, also mei. Warum es gemeldet wurde, könnt ihr euch vorstellen. Der Kulturkampf. Gemäß seinen Community-Richtlinien sperrt Instagram nackt Fotos, macht aber spezifische Ausnahmen in Einzelfällen. Ja, bei diesen ganzen dummen Bots, die mir auf Instagram und YouTube die ganze Zeit Bullshit drunter schreiben, offensichtlich sozialen Content auf ihren blöden Plattformen haben und mich zuspammen. Beispielsweise während des Stillens oder anderer gesundheitsbezogener Aufnahmen. Und die Richtlinien dafür sind für das Aufsichtsratsgremium von Meta verwirrend. Dieses Gremium ist unabhängig von der Firma, gibt aber bindende Weisungen ab. Und dieses Gremium hat jetzt am 17. Januar gesagt, Meta müsse klare Objektive, die Rechte respektierende Kriterien definieren, wenn es um die Mäßigung von Nacktheit geht, damit alle Menschen in Übereinstimmung mit internationalen Menschenrechtsstandards behandelt werden. Das Gremium stellte fest, dass die Richtlinie auf einer binären Sichtweise des Geschlechts und einer Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Körpern basiert. Was die Regeln gegen das Entblößen von Brustwarzen unklar macht, wenn es um intersexuelle, nicht-binäre und Transgender-Nutzer geht. Ich finde es echt interessant, dass man auch oft so einen Unterschied macht zwischen den Nippeln und den Brustwarzen. Also teilweise sehe ich auf Instagram auch Bilder, wo ich mir denke, ja, also den Nippel hättest du jetzt halt auch noch zeigen können. Das macht dann für mich auch keinen großen Unterschied mehr, weil den Rest kann ich mir sowieso schon so vorstellen. Ja, nun hat Meta 60 Tage Zeit, um das zu verbessern. Beobachter erwarten jetzt, dass Meta als Reaktion darauf den Nippel freigeben wird. Free the Nippel, das ging ja 2013 in den feministischen Sprachgebrauch über. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich das hier so sehe mit dem X drauf, ich weiß, wie es ohne X aussieht. Ich bin aber auch eine Frau, deswegen kann ich nicht sagen, ob jetzt die Nippel wirklich viel ausmachen und dass mich das jetzt wirklich sexuell anzieht oder ich da jetzt einen Unterschied mache, wenn ich ein Mann bin. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man das einfach normalisiert, dann juckt es irgendwann auch keinen mehr. Ich kann es echt nicht sagen. Das ist so ein schwieriges Thema. Das Thema, das dahinter steht, ist im Grunde, dass es ja nicht sein kann, dass Körper kontrolliert werden aufgrund ihrer Geschlechterzugehörigkeit. Ja, da muss ich zum Beispiel auch mal sagen, was mich extrem geärgert hat, und das haben wir auch schon mal auf einer Plattform tatsächlich hoch eskalieren lassen, da bei mir es öfter mal Probleme gab bezüglich Videos und Aussagen, die ich getroffen habe, während andere männliche Creator ähnliche Dinge bis gleiche Dinge geäußert und getan haben. Und da gab es gar keine Probleme und wir das so hoch eskaliert haben, dass wir gesagt haben, kann es sein, dass mich gerade hier jemand visualisiert? Und das waren die lächerlichsten Dinge teilweise. Also bin ich über Animal Crossing über eine Blumenwiese gelaufen und habe gesagt, oh, wie schön. Und dann wurde das Video gelb, weil es hieß, oh, du hast gestöhnt. Einfach zu sagen, männliche Nacktheit geht in Ordnung, weibliche ist aber anzüglich und moralisch verwerflich. Wieso ist das bisher eigentlich so gewesen bei Instagram? Kritiker sagen, das ist aufgrund veralteter moralischer Vorstellungen, Unterdrückung der Frau, Sexualismus oder eben auch Angst vor Sexualität. Und generell möchte Meta auch verhindern, dass sexuelle Dienstleistungen über ihre Plattform beworben werden. Es hat natürlich auch so mit dem Ursprung zu tun, dass man halt gewohnt war, allein schon, das fängt ja schon an mit Badehosen. Männer tragen Badehosen oben ohne und Frauen haben eben schon seit Jahrzehnten oben ein Bikini oder eben einen Badeanzug an, der das oben bedeckt. Weswegen ich mich frage, ob es, wie gesagt, nicht einfach eine Sache der Gewohnheit ist. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, das hat ursprünglich damit zu tun, dass Instagram eine sehr junge Zielgruppe angesprochen hat und gleichzeitig eben auch familienfreundlich werbende Unternehmen ihr Geld dort lassen sollten. Ja, ich glaube, der Zug ist schon längst abgefahren. Also wenn man mal schaut, ich poste ein Bild und es sind irgendwelche dummen Spots drunter, wie teilweise auch Nachrichten von Usern kopieren, wo du gar nicht mehr richtig unterscheiden kannst am Anfang. Ist das jetzt jemand aus deiner Community oder nicht? Eine Plattform für alle und vor allen Dingen eine für die USA. Ihr wisst ja, Werbung in den USA, Gewalt und Hass funktioniert, aber Nacktheit. Ja, das ist es. In der Psychology Today liest man, unsere Beziehungen zum Sex wären glücklicher und gesünder, wenn wir ihn anerkennen und einbeziehen würden. Also auf alltäglichen Social-Media-Seiten und ihn nicht auf B****-Seiten und Dating-Apps verschieben. Oh. Ja, und genau das ist, was Instagram 2023 ausweiten möchte. Beides. Wie wäre es denn, wenn wir einfach weniger nackte Haut als immer mehr nackte Haut fordern würden? Denn wir befinden uns mittlerweile in einer echt beschissenen Spirale, gegen die wir aktiv auch gar nichts tun können. Und jetzt komme ich nämlich hinter der unerfreulichen Realität, hinter der Nacktheit auf Instagram. Man weiß ja, dass Instagram ein krass gefährliches Tool für die Psyche junger Menschen ist. Ja, und da spreche ich es auch nochmal an, junger Menschen. Also alleine, wenn man mal bedenkt, wie viele kleinere Influencer es gibt oderinnen gibt, die eine Kim Kardashian nachmachen, sich nachoperiert haben und das machen, was sie tut. Wenn es jetzt irgendwie anfängt, dass man die Plattform noch weiter ausweitet, oder es sind sehr junge Menschen, machen die das nach. Und das finde ich schon sehr kritisch. Ich weiß, dass das Internet sowieso für jeden zugänglich ist und die jungen Leute sich Dinge anschauen, die sie in dem Alter sowieso nicht schauen sollten. Aber wenn das dann irgendwie normalisiert wird und man sieht, oh, okay, die zeigt sich da vollkommen nackt und die Kommentare sind positiv, mache ich das auch. Und du bekommst es schon mit 13 quasi impliziert, dass es cool ist, finde ich es wiederum schwierig, weil es macht dann halt schon das Alter auch einfach aus. Und so wird es auch gar kein Problem mehr sein, keine Nacktbilder zu schicken, weil das macht ja jeder. Ich glaube, es wird 100% auch eine Altersgrenze geben. Aber sind wir doch mal ehrlich, ich sehe teilweise Mädels, die sind 13, die sehen aus wie 18. Das wurde oft besprochen, das wurde oft zitiert. Ich zitiere an dieser Stelle nochmal beispielhaft eine Studie aus dem Jahr 2022, der 29. Januar, um genau zu sein, mit dem Titel Instagram Use and Body Dissatisfaction. Und die ergab, dass Surfen auf Instagram mit einer geringeren Wertschätzung des Körpers verbunden war, was vollständig durch die sozialen Aufwärtsvergleiche mit Social Media Influencern vermittelt wurde. Allerdings nicht durch nahe oder entfernte Peers, also gleich alte Personen. Heißt, man fühlte sich viel mehr von den Bildern von Influencern unter Druck gesetzt, als von den Bildern gleichaltriger Normalos. Man eifert eher diesen Kunstfiguren nach. Siehe Kim Kardashian, wo einfach, es gibt so viele Influencer, die aussehen wie sie oder das zumindest versuchen und auch natürlich dementsprechend gefährliche Operationen gemacht haben und deswegen jedem Trend nachmachen. Das ist das Ähnliche wie die Diskussion mit der Barbie damals. Und Dr. Maya Götz, basierend auf Clemens et al. 2018, hat herausgefunden, dass auf die gefakte Art und Weise, wie auf Instagram Bilder verbreitet werden, eine Verzerrung von natürlich und spontan entstanden ist. Die Worte bedeuten nicht mehr, was sie eigentlich bedeutet haben für das, was am Ende der Inhalt ist. Die Maskerade, wie sie es nennen, wurde zum Standard. In einem immer enger werdenden Kreis wird die Selbstdarstellung von jungen, normalen Mädchen, aber auch von Profis immer gleichförmiger, immer identischer. Man sieht die Vorbilder und mit der Zeit gleicht man sich an. Ja, alleine als Angelina Jolie zum Beispiel gerade übel im Trend war oder eine Megan Fox, da wollte jeder die Nase operiert haben wie Megan Fox, jeder wollte die Lippen von Angelina Jolie. Also es gibt ja schon immer auch pro Jahrzehnt so das Role Model. Jetzt ist es Kim Kardashian oder gewesen oder sie ist es noch. Und dem passt man sich eben einfach an. Natürlich passen sich jetzt nicht alle diesen Role Models an, aber ich habe ja schon mal gesagt, dass Frauen da einen ganz anderen Druck unterliegen als Männer. Und ich finde es immer interessant in den Kommentaren, wenn manchmal auch männliche Kandidaten sich darüber ärgern, wie dumm denn die Gesellschaft ist. Ich meine, es ist ja schön, dass ihr diesen Problemen und Trends nicht unterliegt, aber es gibt halt genug Leute, die es tun und dann immer zu sagen, alle, die es machen, sind dumm, finde ich einfach nur unfassbar anstrengend. Wir ahmen einfach das Verhalten der Anführer des Rudels nach. Aber kommen wir nochmal auf Oberflächlichkeit zu sprechen, bitte. Instagram ist von jeher ein Tool, vor allen Dingen für die attraktiven Menschen in dieser Gesellschaft und denen, die wissen, wie sie sich in Szene setzen, um mit Äußerlichkeit ein Vermögen zu machen. Und Nacktheit gewinnt. Wenn du es komplett darauf ansetzt, hast du vielleicht nicht die beste Zielgruppe, aber wenn es um nackte Zahlen geht, und das reicht den meisten, auch den meisten Agenturen. Ja, und selbst wenn es nicht ums Geld geht, ist es doch ein geiles Gefühl, immer mehr und mehr Likes zu bekommen. Ja, es ist ja zum Beispiel auch so, wenn du ein Model hast, du hast zwei Models zur Auswahl und am Ende kann man sich nicht entscheiden, schaut man tatsächlich, welches Model hat einfach die größte Reichweite. Und das ist mittlerweile auch immer ein größerer Punkt, ob man als Model gewählt wird. Und es ist auch super wichtig, dann mittlerweile auch Follower zu haben, Instagram zu machen. Das wird immer relevanter, auch hier. Für das, was man tut. Man fühlt sich direkt so ein kleines bisschen angestachelt vielleicht sogar, nicht wahr? Ja, aber was ist das? Wir können doch selber entscheiden, wie viel Nacktheit wir sehen wollen. Nein, können wir nicht. Ja, das habe ich jetzt echt über viele Wochen versucht und wir können es nicht. Denn Instagram übernimmt das für uns. Instagram entscheidet für uns, wie viel Nacktheit wir sehen müssen. Das European Data Journalism Network und Algorithm Watch hat in einem Experiment herausgefunden, dass Bilder von Frauen und Männern in Unterwäsche überproportional mehr ausgespielt wird. Aha, so so. So sind 17,6 Prozent der Bilder, die auf der Plattform gepostet werden, Bilder von leicht begleiteten Frauen. Da müsste ich eigentlich mir einfach nur so ein Naked-Suit kaufen oder irgendwas Hautfarbenes, so einen hautfarbenen Hoodie und eine hautfarbene Leggings und das posten. Ich glaube, das mache ich mal. Ich glaube, das mache ich als Experiment. Ich kaufe mir irgendwas Hautfarbenes, um zu gucken, ob das mehr Likes bekommt als der Rest. In den Feeds ist der Anteil allerdings 28,4 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bilder von leicht begleiteten Frauen in den Feeds auftauchen, ist also um 54 Prozent erhöht. Ja, krass. Und das steigert wiederum den Druck, dass die Frauen dann doch mehr Haut zeigen, gerade wenn es ein Werbedeal ist. Weil ansonsten hast du ja weniger Likes, bekommst weniger Geld und du willst ja die Reichweite haben. Obst die Bilder von Männern mit nacktem Oberkörper enthalten haben, wurden 28 Prozent häufiger ausgespielt. Man muss ja auch bedenken, was das auch mit den jungen Leuten macht. Wenn das dir assoziiert wird, ey, sobald ich Haut zeige, habe ich viel mehr Likes. Geil. Zeigen wir noch mehr. Uh, schwierig. Im Gegensatz dazu werden übrigens Bilder von Landschaften oder Nahrungsmitteln zu 60 Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit wieder ausgespielt. Ich habe das früher mal versucht, Landschaftsfotografie zu machen. Finde ich total cool. Interessiert aber keinen auf Instagram. Beziehungsweise es interessiert die Leute schon, es wird die nicht angezeigt. Beziehungsweise erkennt das, selbst wenn ihr euch darauf konzentriert, diese Bilder nicht anzusehen, es wandert immer wieder neue in euren Feed. Das ist, als ob man einem Alkoholiker dauernd Schnapspralinen unter die Nase hält. Natürlich reagiert man dann irgendwann wieder auf so ein Bild, das ist völlig biologisch und dann fängt diese ganze Spirale von Neuem an. Wirft man einen Blick in das Patent der Software, die dahinter steckt, dann erkennt man, ob Benutzer, die Bilder von den Konten, denen sie folgen, sehen, hängt nicht nur von ihrem vorherigen Verhalten ab, sondern auch davon, was Instagram von den Benutzern auf ihrer gesamten Plattform erwartet. Krass, das ist richtig manipulativ. Ich muss sagen, ich glotze da auch immer wieder hin und erwische mich auch immer wieder, wie ich drauf gucke. Und ich kann euch sagen, wie oft ich immer denke, man, jetzt ist es wieder so arg bearbeitet, die Dame hat nicht mal mehr Rippen und der Magen hätte eigentlich auch keinen Platz. Also es bedeutet, sie lebt und steht da eigentlich ohne Organe und man weiß ja, dass es bearbeitet ist und mittlerweile gibt es sogar Videobearbeitungssoftware, die es schaffen, Videoclips zu bearbeiten, damit du deine passende schmale Taille hast. Du bist ein Mann, also musst du einfach Bilder von nackten Frauen gut finden. Hier hast du noch 20. Meta analysiert Bilder automatisch mit der Software Computer Vision, bevor der Algorithmus dann entscheidet, was in welchem Feed ausgespielt wird. Eine solche Software zieht automatisierte Schlussfolgerungen aus einem Trainingsdatensatz von tausenden manuell bewerteten Bildern. Und Informatiker wissen eigentlich seit Jahren, dass solche Systeme die Verzerrungen, die in diesen Datensätzen stattgefunden haben, immer weiter verstärken und weiter verbreiten. Übrigens ist das Fazit von Algorithm Watch, die Weigerung Nacktheit zu zeigen, schränkt das Publikum dramatisch ein. Unternehmerinnen und Unternehmer müssen sich an die Regeln der Meta-Ingenieure halten, wenn sie eine Chance haben wollen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, du bist halt immer trotzdem auf den Plattformen angestellt und musst dich deinem Arbeitgeber beugen und dich denen anpassen. Das gleiche gilt für Twitch, für YouTube, wenn der Algorithmus wieder andere Dinge mehr feiert als ein Jahr davor. Das gleiche für Instagram und deswegen bin ich froh, dass ich Instagram echt einfach nur so nebenbei aus Spaß mache. und mir da jetzt nicht irgendwie in Panik mache, dass er irgendwie wie viele Likes ein Bild hat. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich gucke da gar nicht nach, mir ist es wurscht. Ich gucke, dass ich den Leuten in den Kommentaren antworte und fertig und ich poste, worauf ich Lust habe. Ob es auch mal ein dummes Bild ist wie hier, ist für mich dann auch vollkommen in Ordnung. Also, ja. Das heißt zu gut Deutsch eigentlich Folgendes. Der Algorithmus zwingt dich, dich auszuziehen, wenn du vorankommen willst, wenn du darauf angewiesen bist. Ganz schön hart, ne? Auf diese Reichweite. Und es wird ja besser, wenn du damit anfängst, müssen andere nachziehen, sich auszuziehen. Ich meine, versteht ihr das? Das ist nichts, was einer für sich entscheidet, sondern das ganze System bewegt sich immer weiter darauf zu, weil der Algorithmus das verstärkt, diesen ganzen Prozess, die Nacktheit immer weiter in die Aufmerksamkeit, in die Wahrnehmung und in das Bedürfnis der Menschen reinprügelt. Ja, ich glaube, ich verstehe auch den Punkt, auf den er will. Wenn man jetzt quasi free the nipples macht, fühlen sich vielleicht viele Frauen dazu gezwungen, das auch zu machen, weil sie merken, wenn ich mich jetzt nicht komplett blank zeige, dann wird mein Content nicht mehr geteilt. Dadurch verliere ich meine Reichweite, dadurch verliere ich Kunden und Geld und ich werde nicht mehr angezeigt, deswegen muss ich das jetzt auch machen. Und auch der Influencer immer mehr den Need verspürt, diese Grenze zu übersteigen und wiederum dem Influencer alle das dann wiederum nachmachen, was wiederum zu der nächsten Welle führt. Und das alles basierend auf einem Trainingsdatensatz, wo vielleicht der überwiegende Anteil horny Junggesellen waren. Und wenn wir dann jetzt in Zukunft alle darauf angewiesen sind, uns auszuziehen, dann sollten wir vorbereitet sein. Puh, es ist schon ein bisschen anstrengend, sich durch das ganze dickig durchzukämpfen, muss ich sagen. Aber es muss sein, meine lieben Freunde. Aber keine Sorge, dafür gibt es Manscaped, den Sponsor dieses Videos. Ich präsentiere Ihnen meine Damen, nein, diesmal tatsächlich nur meine Herren, das Platinium Package 4.0. Darin ist alles, was du brauchst. Mit dem Duo Body Wash. Kann ich auch gebrauchen. Ich muss ehrlich sagen, ist es verwerflich, wenn man den Rasierer seines Partners verwendet, für sich selbst, also für die Beine? Macht das hier irgendjemand? Oder ich bin jetzt völlig blamiert. Okay, weiter. Die Sache ist ernst, kommen wir mal wieder zurück. Wenn wir jetzt also algorithmisch gezwungen werden, immer mehr nackte Haut zu zeigen und wir alle uns angleichen mit der Zeit an das, was wir sehen, dann fällt die nächste Höhle nicht nur bei Aktivisten oder Menschen, die damit Geld verdienen, sondern sukzessive überall. Und das führt uns zu einem ziemlich offensichtlichen Punkt, nämlich Jugendschutz. Ja, ich bin teilweise auch überrascht, dass ich gemerkt habe, dass sehr junge Leute aus meiner Community mir teilweise Dinge erklärt haben, wo ich mir dachte, ui, warum wisst ihr das? Aber klar, in jedem Reddit überall wird alles gepostet. Dein Onlyfans-Liebling kannst auf Reddit alles nachschauen. Du bist so schnell drin in dieser ganzen Kacke, was ich sowieso schon extrem schwierig finde. Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den er anschreibt. Es müsste ja dann so sein, dass Instagram 18 plus wird. Wie soll das funktionieren? An welchem Punkt müsste der Zugang zu Instagram eingeschränkt werden? Instagram in Zukunft erst ab 16, posten erst ab 18? Ich weiß, viele Eltern wollen das nicht wahrhaben von ihrem süßen kleinen Kind, aber Nacktbilder im Internet rum senden unter 16, das ist nicht die Ausnahme, das ist eher die Regel. Und da verstehe ich z.B. auch wieder, dass jetzt viele sagen, ja, aber ich möchte halt einfach mich als Frau so zeigen, wie ich möchte. Ich möchte nicht sexualisiert werden, das ist was ganz Natürliches und Normales, verstehe ich auch. Aber es wird halt wieder Menschen geben, die halt deutlich jünger sind, die es trotzdem tun werden. Und man muss auch immer sagen, auch wenn z.B. Influencer sagen, ich will mein Kind zeigen, ich lass mir das doch nicht vermiesen von irgendwelchen Leuten, die da schreckliche Dinge anstellen mit. Die Leute wird es halt auch dann in dem Kontext geben, wenn es halt eben sehr junge Menschen sind, die sich sehr freizügig zeigen. Und das wird stattfinden. Und natürlich soll man sich deswegen nicht einreden, dass man Dinge nicht machen sollte, weil es wieder diese Menschen gibt, die machen es ja eh. Aber man bestärkt es halt eben. Und das ist so ein schwieriges Thema und so heikel. Ich glaube auch nicht, dass sie die Plattform ab 18 machen werden. Deswegen bin ich mal gespannt. Wir hören uns mal weiter. Ich bin auch gespannt über eure Gedanken. Wie gesagt, ich philosophiere gerade einfach nur rum und kann es irgendwie nicht einordnen. Ich verstehe den einen Punkt, ich verstehe aber auch irgendwie die andere Seite und sehe die sehr kritisch. Boah, schwierig. Fast drei Viertel der Opfer von Cyber-Sexual-Delikt-Fällen sind unter 18. Dabei handelt es sich vor allen Dingen um minderjährige Mädchen. Und bei den Tätern oftmals um erwachsene Männer, die sich als Gleichaltrige ausgeben. Widerwärtige abschauen. Ja, deswegen sage ich auch immer, Leute, wenn euch jemand anschreibt und sagt, hey, ich bin Fotograf für Schuhe, schickt mal deine Schuhe. Oder auch Mädchen euch schreiben und sagen, hey, ich bin Lisa 12. Was trägst du gerade für Socken? Das ist so absurd für euch. Und ich weiß, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Schickt niemals fremden Leuten irgendwas. Schreibt nicht mit fremden Leuten. Trefft euch nicht mit fremden Leuten. Und wenn ihr der Meinung seid, doch, das ist 100 pro auch die Lisa 14, die möchte mit mir befreundet sein und mich treffen, dann nimm deine Mutter mit zum Treffen. Sag deinen Eltern Bescheid. Nimm jemanden mit. Komm mit vielen Freunden. Triff dich mehrmals mit der Person. Nimm deine Freunde mit. Aber geh niemals alleine hin. In meiner Community haben sich tatsächlich auch schon sehr viele Freunde gebildet. Das finde ich total süß. Die machen bis heute was. Die treffen sich von ganz weit zusammen. Aber die haben auch wirklich aufgepasst, weil du weißt nie, mit wem du schreibst. Oder ob dich jemand irgendwo hinlockt und sich ausgibt als jemand. Du weißt es nicht. Deswegen sagt euren Eltern Bescheid. Geht nie irgendwo alleine hin. Passt auf, mit wem ihr schreibt. Und vertraut auch erstmal einfach niemandem. Wir haben in Deutschland basically keine mediale Kompetenz. Wie soll denn das weitergehen, wenn sich das immer weiter hochschraubt? Und jetzt kommt der Hit, Leute. Tinder ist ja out bei den jungen Leuten, habe ich mir sagen lassen. Und Instagram hat sich 2023 nicht nur strategisch voll auf Generation Z eingestellt, sondern auch darauf, eine Dating-Plattform zu werden. What? Also ich hatte Tinder noch nie. Aber wenn es jetzt eine reine Dating-Plattform wird, muss man sich dann als vergebene Person abmelden. Nein, das ist kein Witz. Ich zitiere mal Ten. Instagram erklärt sich zur Dating-Plattform und rät dazu, in die DMs zu sliden und zu flirten. Wort wörtlich. What? Ja, aber auf Tinder sind ja auch keine 13-, 14-, 15-Jährigen. Oder? Ab wann? Ab wie viele Jahre ist ein Tinder? Ab 18! Alles in allem finde ich das mega bedenklich. Ich meine, wenn du eine spezifische App oder eine spezifische Website für diese verschiedenen Dinge hast, dann kannst du das räumlich trennen. Das läuft jetzt aber in Zukunft alles zusammen. Und wenn Instagram in Zukunft fast keine Grenze mehr für Nacktheit hat, wir dann quasi das sehen, was der Algorithmus möchte, dass wir sehen. Und wir dann gemeinschaftlich den Influencern nachmachen, was die machen müssen, um sozusagen ihre Influencer-Position weiter ausbauen zu können. Vor allem, der Algorithmus wird nicht sehen, oh, das Mädchen ist gar nicht 18, die ist erst 14. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich habe bei meinen Community-Treffen 13-jährige Mädels getroffen, wo ich gesagt habe, seid ihr mit dem Auto gekommen? Die so, hä, nee, wie alt seid ihr, 13? Ich so, okay, ich bin aber weg. Also, das ist ja das Problem. Wie soll der Algorithmus das erkennen? Man müsste die Plattform dann tatsächlich ab 18 machen, für alle anderen sperren. Die müssten die Accounts sperren oder, aber das wird nie passieren, dass man sich wirklich mit einem Ausweis verifizieren muss, wie alt du bist und diese Dating-Funktion dann auch nur für Leute ab 18 möglich ist und nicht für irgendwelche Jüngeren, die das dann auch nachmachen. Also, das geht ja gar nicht. Das ist zu viel Arbeit. Das kann gar nicht funktionieren. Aka sich weiter ausziehen. Und denkt mal an den Datenschutz. ... sich in den DMs immer mehr Leute tummeln, weil die Seite ihnen gesagt hat, sie sollen mal vorbeischauen, vielleicht ist ja die Möglichkeit aufs S*** gegeben. Instagram, was stimmt nicht mit dir? Oh, je, oh, je, oh, je, oh, je, oh, je, oh, je. Wenn ich so drüber nachdenke, wird mir wirklich übel. Mir wird wirklich übel. Also, wenn ihr glaubt, die virtuelle Belästigung hätte ihren Peak auf Instagram schon erreicht, oh boy, dann liegt ihr ganz schön falsch. Das wird grässlich. Instagram ist ja jetzt bereits eine der wichtigsten Plattformen für Creator, die ihr Onlyfans bewerben wollen oder ähnliche Dienste. Hat nicht Twitch sich drüber aufgeregt und beschwert, wenn man seinen Onlyfans dort bewirbt? Aber tatsächlich, so ist es, ne? Instagram ist schon immer eine Plattform gewesen, wo Kunst gegen nackte Tatsachen verliert. Ja, das ist echt schade, ey. Ich kenne so viele tolle, 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 tolle Künstler. Och, das ist eigentlich so schade, ne? Wie sich das alles entwickelt. In den Argumenten geht es ja darum, dass man gewisse Kunst nicht mehr betreiben kann, wegen dieser Instagram-Blockade von Nippeln. Dass man in politischen Statements eingeschränkt werden würde. Und dafür zu sorgen, dass solche Aktionen wieder möglich sind, das ist ja auch ein gutes Ziel. Ich möchte nur eine kleine Vermutung äußern an der Stelle. Ich glaube, das wird untergehen in der schieren Masse an Dingen, die nicht künstlerisch und nicht politisch motiviert sind. Also nicht nur, dass man dann das Problem hat zu trennen, was jetzt hier genau politischer Aktivismus und Kunst ist und was eben nicht. Dem Bots wird es auch nicht mehr möglich sein, das schnell durchzugreifen. Solche Sachen wie Revenge-Porn beispielsweise. Da wird ja viel automatisch einfach gefiltert, weil die Bilder, die dort gepostet werden, den Community-Standards nicht entsprechen. Jetzt heißt das ja dann oftmals, dass die betroffene Person das auch noch melden muss, bevor das irgendwann dann mal verschwindet. Und ich meine, auch jetzt gibt es ja diese Barriere schon mit geografischen Inhalten gegenüber, die permanent unterwandert wird. Es ist dann quasi auch völlig unmöglich für einen Bot, Werbung für Produktionen zu unterbinden. Das sind gute Punkte. Wie willst du das machen? Wie willst du herausfinden, ob die Person, die sich zeigt, minderjährig ist, 18 ist, dort gerade illegale Produktionen stattfindet? Das kann der Algorithmus ja gar nicht mehr herausfinden. Und dann wird, ich kann es euch jetzt schon sagen, die Plattform, wenn du einen Finger gibst, dann nehmen wieder alle die ganze Hand. Die Plattform ist jetzt schon voll mit sechs Bots. Ich sage es euch, wie es ist. Man sieht es in den Kommentaren ganz oft. Und ich glaube, es wird dann eine reine Plattform und da kann man dann kaum mehr sein. Ähnlich wie damals Chatroulette. Chatroulette, lustig gedacht, haha, zufällig irgendeinen neuen Zuschauer. Was siehst du dort? Du siehst dort nur noch witzige Männer und deren Sch***. Deswegen wurde ja damals sogar auch Twitch kritisiert, ob man diese Hot Top Streams überhaupt erlauben soll, weil natürlich mich auch genug Leute gefragt haben, du hast doch gesagt, du streamst auf Twitch. Twitch. Ja, wieso? Was streamst du da? Gaming? Auch nackt in der Bade. Ich verstehe, die Sache, Frieden Nippels ist eine gute Sache im Sinne von, wir wollen Gleichberechtigung, aber ich sehe jetzt schon wieder genug Menschen, die das missbrauchen werden für ihre Zwecke. Viele Länder hätten dann ein krasses Problem mit Instagram, wenn das möglich wäre, aber eben auch viele Werbekunden würden abspringen. Grundsätzlich glaube ich, dass das ein riesengroßes Problem für Instagram mit sich bringen wird. Erinnert ihr euch noch an Tumblr? Gibt's noch. War aber mal eine der größten Plattformen der Welt. Da hatte ich einen Blog über Games. Ein Fünftel der Inhalte da war übrigens Adult Content, wie man so schön sagt. Yahoo kaufte die Seite, fing an sie zu zensieren und damit war die Bedeutung von Tumblr dahin. Selbst ich hatte mal einen Tumblr-Blog, aber Yahoo machte das nicht freiwillig. Eine Woche vorher war Tumblr nämlich aus dem iOS-Store von Apple gekickt worden, weil es nämlich Vorwürfe von Kinder-Protografie auf dieser Plattform gab. Und wer weiß, welche Gefahren da auch für Instagram drohen. Erstaunlicherweise will Tumblr jetzt doch wieder Nacktheit zulassen auf ihrer Plattform. Scheinbar ist es doch im finanziellen Interesse. Und interessant, dass Instagram kurze Zeit darauf auch mit diesem Gedanken spielt, die Nacktheit auf der Plattform zu erweitern. Ja, ich muss halt sagen, auch teilweise auf TikTok, als der Algorithmus ihn noch nicht so gut gekannt hat, ey, was mir da für Sachen angezeigt worden sind, wo ich echt dachte, na geil, das ist doch gut für Instagram, für die Gleichberechtigung, für die ganze Menschheit und es wirft Profite ab. Ja, und dieser Deckmantel halt, ne, ist halt schon sehr shady gemacht mit Hey, free the nipples, Feminismus, obwohl es wahrscheinlich unter einem ganz anderen Deckmantel jetzt eigentlich gerade läuft. Feiert es gerne als einen moralischen, als einen ideologischen Sieg. Aber am Ende des Tages geht es eigentlich den Beteiligten nur darum, mehr Geld zu verdienen. Wie immer. Es ist immer so, ja, definitiv. Und das reduziert die weibliche Brust wieder nur auf ein Produkt. Ach, stark. Stark, Parallelie. Kommen wir mal zu einem Fazit. Wisst ihr, große und von allen genutzte Plattformen, die brauchen einen Filter, weil die Interessen der Menschen, die sich dort tummeln, so unterschiedlich sind. Die Geschwindigkeit, mit der Veränderungen auf uns als Gesellschaft prallen, die wird immer höher und für manche wird es einfach langsam zu krass. Ja, ich finde immer so ein paar Lockerungen sind ja cool und Gleichberechtigung, aber gerade im Internet zieht das so einen enormen Rattenschwarz mit sich, den du teilweise gar nicht einschätzen kannst. Also was es dann bedeutet, was es mit sich zieht, wo Leute wieder Lücken finden, um irgendwelche Machenschaften, irgendwelche illegalen Machenschaften abzuziehen. Was hat das für Auswirkungen? Wer sieht das? Wir sind überhaupt noch nicht fit, wenn es ums Internet geht. Jeder 13-Jährige, der ein Handy hat, kann die krassesten P-Sich reinziehen. Das ist doch nicht normal. Wir sind in Europa schlicht und ergreifend nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt plötzlich passiert. Das geht zu schnell. Ich habe in einem meiner letzten Videos über Body Neutrality gesprochen. Das ist ein Zustand, den wir erreichen wollen, in dem die Fetischisierung des weiblichen Körpers beendet ist und das Betrachten eines weiblichen Busens bei pubertären Jungs keine Hormone aus den Ohren schießen lässt. Die über Jahrhunderte erlernte und manifestierte Fetischisierung des weiblichen Oberkörpers abzuschaffen, zu beenden, das ist ein hehres Ziel. Ja, das ist so schön gesagt, Alex. Und das ist gut, das anzustreben. Ja. Aber es geht nicht mal eben so nach Jahrhunderten des christlichen Glaubens in Europa, ohne dass es katastrophale Nebenwirkungen hat. Ja, vor allem in Kombination mit dem Internet. Aufgrund eines moralischen Dilemmas, die Entscheidung jetzt so und spontan zu treffen, das wäre kurzsichtig. Das Thema ist super aufgeheizt, politisch, ideologisch, persönlich auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr mich an diesem Punkt für antiquarisch haltet. Aber können wir nicht einfach mal mehr anhaben, mehr nach Ästhetik suchen, als immer mehr dem Urinstinkt zu frönen und immer plumperen und direkteren Formen der Sexualität nachzukommen? Ja, Kim Kardashian! Also in Zukunft auch einfach die Nippel von Männern zensieren und in der Gesellschaft Normen und Anschauungen modernisieren, dass wir dahin kommen, dass es eben wirklich kein Ding mehr ist und nicht mit dem Ziel anzufangen und den ganzen Weg dazwischen zu skippen. Oder ist das als Geschäftsmodell für Instagram wieder blöd? Empowerment ist das eine, aber die Konsequenz ist nicht, dass wir dann plötzlich aufhören, auf wundersame Weise den weiblichen Körper nicht mehr als Fetisch anzusehen. Vor allen Dingen in einer Welt, die immer einsamer und zurückgezogener wird. Ich glaube, das wird einfach alles nur noch geschmackloser und unangenehmer für alle Beteiligten. Also ich habe keinerlei Vertrauen in die Mäßigung des Internets und wer die hat, der war da noch nie. Mann, 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 was für ein Thema schon wieder. Das nächste wird übrigens Polizeigewalt in Deutschland. Ey, ich hätte mir echt einen entspannteren Bereich als Influencer aussuchen sollen. Mann, fandet ihr das Thema wichtig? Findet ihr meine Ansicht interessant zumindest? Ihr müsst es ja nicht richtig oder gut finden. Ich freue mich über euer Feedback. Teile das gerne, wenn ihr mit anderen Leuten auch darüber diskutieren wollt. Lasst mir ja gerne ein Abo da, wenn ihr das Video über Polizeigewalt mitbekommen wollt. Und ja, falls ihr mir auf Instagram folgen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Da bin ich dann allerdings leider nicht nackt. Ja, ich folge ihn auch auf Instagram. Um nochmal zum Thema zu kommen, ob ich sagen würde, Friede Nippes unter dem Deckmantel, unter dem es gesagt worden ist und unter dem Grundgedanken definitiv ja. Ich glaube tatsächlich, dass man sich auch an eine Frauenbrust irgendwann gewöhnen kann, wie beispielsweise in Spanien, dass es einfach was ganz Normales ist und die Männer auch nicht mehr interessiert. Ich glaube aber, das im Internet durchzusetzen und mit den ganzen Gegebenheiten von Minderjährigen nutzen diese Plattform, es soll eine Dating-Plattform geben und sonstiges, wird es tatsächlich eher für Schwierigkeiten sorgen. Deswegen finde ich auch seinen Punkt, dass man wenn dann sagen müsste, Männer müssen auch ihre Brustwarzen abkleben, glaube ich, da der bessere Weg wäre. Wobei ich das irgendwie auch nicht so richtig fühle. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist wieder so ein schwieriges Thema. Das ist wie, du drückst einen Knopf und es gehen fünf Lichter an und dann drückst du einen anderen Knopf und dann gehen wieder drei aus. Das hat so viele Auswirkungen. Also Alex, super top Video, tolle Worte zum Ende hin. Ich sehe die Problematik. Ich verstehe, was du meinst. Absolut. Ich bin gespannt auf eure Meinung, was ihr zu dem Thema sagt. Ist ein heikles Thema. Ich bin echt gespannt auf die Kommentare. Ich wollte euch auch nochmal Danke sagen, wie schön sachlich ihr immer sprecht und wie lieb ihr seid. Deswegen vielen, vielen Dank. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ja, demnächst kommt ja auch zusammen mit Alex und ganz vielen anderen Meinungsbloggern auf meinem Kanal ein sehr, sehr wichtiges Video, das sich auch um dieses Thema tatsächlich so ein bisschen dreht. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo auch. Und lasst auf jeden Fall auch ganz viel Liebe beim lieben Barabelritter da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020